Es hat sich zugetragen, dass ich diesen Mann irgendwann mal vor Jahrhunderten kennengelernt habe. Und letzte Woche habe ich mit dem Simon telefoniert und da saß er gerade daneben. Und dann haben wir spontan beschlossen, dass wir heute als Duo spielen. Deswegen einen Riesenapplaus für den unglaublichen Peter Stahl. Oder wie wir hier in der Gegensächte Stahlepeter. Aber singen, schlösen. Und das ist ein Gast. So fühlen sich also gestern. Als ich das sehe, vollkommen modern, blau, blau-grün und roh-grün. Meins ist roh-grün. Nein, aber immer wenn es grün ist, bin ich richtig. Aber, das ist ja die Wehen. Ganz kurz den Gitarre-Sound-Junk machen. Ja, das ist ja wunderbar. Okay, ich gebe den Leuten die Aufgabe, jetzt passiv. Ja, die könnten wir noch einen Wezerradler bringen. Kennen Sie das Lied? Leute, die wenigstens noch alles sehen, wie Peter und ich, kennen das. Ja, die wenigstens noch alles sehen, wie Peter und ich, kennen das. Musik 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 One more baby Musik 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 Without the silence howling All nasty angels as they fall When the all time winner Has got him by the bars He read the Gideon Bible Open at page one He stole a handle And the train won't stop going No home No way to slow down 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 No way to slow down